Musik Das ist mein Wille! Später Mein Führer, die Russen erzielen Durchbruch auf Durchbruch. Die Serben sind nicht mehr vorhanden, eine Versorgung aus der Luft findet nicht mehr statt. Das heißt, dass keine Munition mehr herangebracht werden kann. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Von diesen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der Neuten Armee vereinigen. Die Neute Armee ist nach Norden her bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfass. Wink! Soll mit der Zwölften Armee die Sache unterstützen! Aber mein Führer, die Zwölfte Armee, das schiebt nach Westen Richtung Elbe. Dann sollt ihr Armee kehrt machen! Dann entlösen wir die Westfront! Aber sind doch zwei Fälle in deinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrutscht! 8 HOURS LATER Upstairs! We hope you're enjoying tonight's live stream concert! Ich habe eine Befehl-Werfus. Ich habe eine Befehl-Werfus. Ich habe eine Befehl-Werfus. Ich habe die Befehl-Werfus. In Berlin-Zachos sind die Scheme aus der Zwischen. Die Vision werden immer aufgerissen. Das ist eine Befehl-Werfus. Ich bin ein Besonderes von der Schubert-Werfus. Oh! Kora, Kora! Ich bin Fingrenzig! Machado Narankembach! Ah, ja, ja, ja! Okay, what the fuck? Ich bin Fingrenzig! Machado Narankembach! Ah, ja, ja, ja! Okay, what the fuck? Du, hei, wo Veigela nicht finden Schmer, ano, tsisinez Nedipo, citatelní umiemelec Fabishitami Kanade Tsutsumiko mi Maasobo Nukumori Oh, where? Where's he going? I don't know where he's going. Hey, there's no one else. I don't know where he's going. Ich denke, ich bin hierher gekommen. In der heutigen Live, können wir uns vier... machen wir das? Was, Thomas? Du kannst nicht sagen, Fegelein! Ich dachte, dass ich wirklich nicht gesagt habe, was ich nicht gesagt habe. Ich hoffe, dass ich das sage. Wir gehen mal an, Tröpen für die Kapitulation. Oh... Ich sehe ihn jetzt. Es ist ihn wieder. Ich sehe ihn jetzt.